Tochter Berger, darf ich Ihnen meine Tochter Sarah vorstellen? Sarah ohne H. Ja, hallo. Das ist wahrscheinlich Ihre Tasche, über die ich gerade gefallen bin. So, für Sie extra der Orangensaft. Ähm, ich würde gerne den Sekt nehmen, wenn ich darf. Ja, dürfen Sie eigentlich nicht. Ich bin hier die Schwangere, ich nehme gerne den Ursaft. Ah, ich war nur einfach länger nicht joggen. Ja, unsere Tochter hat soeben beschlossen, zu uns nach Lüneburg zu ziehen. Was ist denn das wieder für ein unreifer Unsinn? Willst du denn nicht endlich mal erwachsen werden? Das ist Sarah Herzberg und das ist Dr. Hendrik Althaus, der neue Leiter der Neurochirurgie. Hallo. Hallo. Und der leitende Arzt ist echt hot. Mein Glückskeks im Asia-Imbiss gestern hatte recht. Wieso? Am Abend sollten Sie aus dem Bauch heraus entscheiden. Das glaube ich jetzt nicht.